UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Gehst du surfen? Ja, heute sind die Wellen gut. Pass auf dich auf. UNTERTITELUNG Es war Harzen. Meine Tochter wurde an diesem Strang gefunden. Sie waren Stücke gerissen. Ich habe schon viele Haie gesehen, aber ich habe noch nie so etwas gesehen. Die weißen Haie haben viele Geheimnisse, die wir noch nicht verstehen. Versuch diesen Urlaub zu genießen. Es gibt viel Sonne. Wir gehen schnorcheln, betränken und... Na dann, Leute, stechen wir in See! Wir zeigen euch das Paradies und haben Spaß. Also ich finde schön, dass das Wasser hier sehr tief aussieht. Diese Insel gehört einen Tag lang nur euch. Genießt die Stille und entspannt euch. Wir sind im Paradies. Will! 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 Untertitelung des ZDF, 2020